Ah, Fisch. Fisch sagt er. Ok, Speisefisch. Geh doch mal auspacken. Aber leider meine Wohnung. Das ist meine Wohnung genauso. Was ist deine Wohnung? Was soll das? 20% Pflichtanteile haben wir gesorgt. Bist du jetzt deppert worden? Hallo. Ja, hallo. Schau ja aus wie ein Fischverkäfer. Um Fisch geht es ja nie bei der modernen Geschichte. Ich eisse keinen Fisch. Euter, ich eisse keinen Fisch. Du bist so kindisch. Geh, Mama, bitte! Wieso packest du die Karre noch? In die inneren Werte? Der sollte mal tauschen mit mir. Der will keine zwei Tage in mein Geschäft überleben. Das ist wie so dumm Loch. Dafür, dass ich die Karriere-Bahn, die mir immer so gewünscht hab, nie gekriegt hab. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist mit einem Aufbauananen. Vielen Dank.